dann klatschst du und wir sind Hallo big boys and girls heute mit dem dummguy genau very very dangerous nein ohne spaß es ist der Sigi hallo hallo danke dass du dir Zeit genommen hast es ist mal wieder ein bisschen etwas anderes wir reden heute etwas Content Creator zu Content Creator richtig weil man kann ja sagen du bist zwar musiknahe und man sieht links und rechts auch das MIDI Keyboard und die Gitarren und so aber ich glaube hauptsächlich bist du eher als Content Creator unterwegs auch beruflich und so genau und da gibt es aber auch genug spannende Sachen die man da besprechen kann denke ich aber fangen wir mal an mit einer ganz einer simplen Frage was macht dir denn am meisten Spaß an dem Content Createn wenn es für Musiker oder Bands ist am meisten Spaß macht mir wenn ich Sachen kriege zu machen wo ich einfach null Limit kriege also also mach was du willst mach was du glaubst das ist vielleicht ein Briefing oder irgendwie ein Outline vielleicht um was es gehen sollte und dass ich mich dann halt einfach zu 100% meiner Kreativität halt einfach vor einen Lauf lassen kann das ist so quasi das was mir am meisten Spaß macht oder ja das geht eigentlich eh genau in der Schiene wo ich rein wollte weil man ja beide Situationen hat ich kenne es ja selber auch dass du manches Mal sagst du ja du mach was ich kenne was du machst das ist cool whatever alles was von dir kommt ist sicher toll und andererseits gibt es auch dieses ja also bitte diese Farbcodes und es soll eigentlich das sein aber halt Leibander oder besser aber aber du sagst da eher Free Rain und ich mach was genau also ich kann es auch von meinem Beruf sagen es gibt halt einfach gewisse Regeln keine Ahnung wenn du in der Kreativität in der kreativen Szene arbeitest es gibt halt auch Corporate Identities oder Corporate Geschichten das sind halt einfach Guidelines an denen man sich halten muss und in dem Raum kann man halt einfach arbeiten das ist mit Bands eigentlich das gleiche die wollen halt einfach deren Logo haben deren Farben haben und wenn du die darin bewegst aber nur den eigenen Style reinbringst ist das quasi eh schon das Beste was dir passieren kann ja da ist es dann auch immer cool wenn man oder mir hat das immer gefallen wenn Bands schon irgendwie innerhalb ihrem CI bleiben aber trotzdem sich neu erfinden darin jetzt sagen wir mal ein exponiertes Beispiel ist wie Linkin Park ihr Logo geändert hat es war trotzdem so ja ok es hat schon dieselben Elemente es ist diese diese große Blockschrift aber es ist ja ein bisschen eine andere Schrift und nicht mehr untereinander sondern in der kompletten Horizontale ja so was ist schon cool und da hat man dann auch ein bisschen mehr Raum schätze ich einmal sicherlich wenn so ein Umschwung dabei ist und dann vielleicht dasselbe aber dann ein bisschen technischer was gefällt dir mehr wenn du jetzt sagen wir mal 2D irgendwie was arbeiten musst oder 3D weil du bist ja an sich in beide sagen wir mal Dimensionen unterwegs ja ja richtig ja eigentlich angefangen habe ich vor etlichen Jahren meine wie soll ich jetzt sagen meine ersten Arbeiten waren immer so Bandflyers oder keine Ahnung T-Shirt Sachen für Bands ich habe damals auch für meine erste größere Band die Library selber gezeichnet du musst ja auch sagen das wird mir heute noch vorgehalten da habe ich halt teilweise Sachen gerippt von anderen Künstlern damit ich halt einfach lernen habe können aber das ist den Fehler gestehe mir es ist jetzt kein Fehler es ist einfach lernen und nacheifern aber ja zu dem stehe ich nach wie vor noch da habe ich mich sehr bei Dan Mumford inspiriert der britische Künstler und ich bin eigentlich sehr aus dem wie soll ich sagen Illustrierbereich also Zeichenbereich gekommen habe halt dann auch Illustrator für mich entdeckt weil Vektorgrafik halt für Produktion halt einfach leichter ist und habe dann eben durch die durch das Colleg was ich gemacht habe halt auch immer mehr 3D für mich entdeckt und da ist die Mischung halt ziemlich interessant aus dem 2D Compositing aber mit 3D Elemente und in meinen Arbeiten probiere ich halt einfach so viel wie möglich in 3D zu bauen und das dann halt einfach so zu rendern dass ich dann im Photoshop halt dann einfach die ich würde nicht sagen wildeste Kompositionen aber sehr ansprechende Kompositionen zusammenbringen ja nein ich kenne das ich bin in der Hinsicht denke ich mir oft obwohl ich überhaupt kein Hero in 3D Modeling oder so irgendwas bin ich bin da eher ich verstehe das Konzept und oft wenn ich irgendwas mache dann geht es mir so dass ich ah es wäre cool wenn ich das jetzt einfach es ist eigentlich nichts besseres wie ein Würfel mit ein paar so und so aber mir fehlt es dann meistens an die Geduld um das tatsächlich zu machen in einem 3D Programm aber wenn man wenn man das einmal hat die grobe Form und es dann einfach in Photoshop nachbearbeiten ist meiner Meinung nach oft schneller und einfacher wie wirklich das komplett zu zeichnen extrem wenn du sagst du hast schon mal ein gutes Blockout einfach nur auch wenn es nur als Hilfestellung zum Beispiel für eine Perspektive ist oder so wenn du eine Stadtszene oder irgendwas machst du halt einfach nur wirklich zuerst deine Blockouts machst die Kamera dort circa hinsetzt wo du willst und dann einfach im Nachhinein dann mit Gebäudetexturen zum Beispiel drüber arbeitest das merkt im Endeffekt keiner ist aber ein ziemlich cooler Trick um Perspektive richtig zu machen und dann einfach das Auge ein bisschen auszutrickst ich meine ist ja eh nicht nur im visuellen Zoo es gibt ja auch genug Sachen wo man sich eben erst eine grobe Rohform zurechtlegt es gibt genug Musiker die in wie man so schön sagt diese Simlish da irgendwelche Lyrics erfinden wenn es gerade nichts zu tun haben sondern die Melodie wäre cool Wörter erfinde ich dann später ja genau na aber cool mein Video ist für dich aber auch erst später ein bisschen dazukommen also das kommt auch eher erst nachdem das 3D alles kommen ist und dann langsam so auf okay man kann mehrere Frames rendern genau ja ja das Animieren war immer schon sehr spannend für mich und wie soll ich sagen das Compositing dazu wie kann ich halt noch mehr rausholen weil ein Rendering ist eigentlich immer quasi ein perfektes Bild und ein perfektes Bild gibt es ja nicht und der Realismus im 3D fängt ja erst mit Imperfections eigentlich wirklich an das heißt wenn man sich Oberflächen anschaut es gibt keine perfekte Oberfläche du hast immer irgendwo Einschlüsse Kerben oder irgendwelche einfach Unreinheiten und das macht das Bild dann erst richtig lebendig und das ist aber der Trick beim 3D du kannst das auch so so täuschen mit einfach ein paar Unebenheiten die man einfach als Textur zum Beispiel nur mit einbaut damit das ganze Bild dann auf einmal lebt und das ist ja und das Ganze funktioniert aber im Compositing halt auch und im Bewegtbild extrem gut für mich das beste Beispiel davon ist du hast das sicher gesehen weil es ja in Sachen 3D und Animation ein Big Deal war der Lego Film ja der genau das getroffen hat von okay nein eine Lego Figur muss auf diese Art imperfekt sein sonst glaubt es uns keiner es ist wirklich und wenn man genau hinschaut beim Plastik kriegt man die ganzen Unreinheiten und das macht es dann erst real vor vor ja na das ist das ist definitiv richtig cool vielleicht vielleicht ein bisschen zur nächsten Frage wenn du so nachdenkst ich meine es gibt ja keine Branche die wirklich sich nicht fortbewegt und du selber hast ja auch gesagt du bist von eher dem dem Illustrieren und dann 2D Richtung 3D und Compositing gegangen was was gibt es in deiner Meinung nach gerade so für Trends in der in der visuellen Welt wo vielleicht was wir jetzt erwarten können dass alle Musikvideos in den nächsten so viel Zeit machen werden oder alle Logos wie die aussehen werden weil da gibt es ja auch eine Zeit lang hat es so etwas gegeben alle Metalcore Bands haben dieselbe Schrift im Logo gehabt ich vergesse ich habe schon blockiert 3 Jahren Pro ich sage nur 3 Jahren Pro die Schrift sie ist mir nicht eingefallen alle Hardcore Bands ich wollte gerade sagen es hat so eine Zeit gegeben alle habe ich selber verwendet für meine Band sicher der hat es damals nicht nein das ist cool das ist die Essenz ich bin voll dabei gibt es da momentan etwas wo du sagst das könnte ganz aufgehen ist irgendwas in deinem Blickfeld es ist voll zart weil aktuell passiert gerade so viel im Designbereich weil wie soll ich sagen wir haben alles schon gehabt wir haben illustrierte Covers gehabt wir haben fotomanipulierte Covers gehabt wir haben plane Covers gehabt das war wie haben sie krass geschwind Northland Northland Entschuldigung eingeleitet hat mit die ganzen weirden 3D abstrakten Sachen das war ziemlich ein Big Deal so in die letzten ein, zwei Jahre hätte ich gesagt das ist so aus dem aus dem aus dem 3D kommen mit dem Daily Renders ich weiß nicht ob du das verfolgt hast ja 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 for people genau people und fuck render aus Kanada die Typen die haben mit der Challenge angefangen und da hat sich ein irrsinniger Trend ausentwickelt alles mit den Kristallen mit den Ketten mit den Insekten drinnen und das einfach so im Translucent Holographic Style halt gerendert das war so ein richtiger Big Deal und aktuell kommt halt sehr viel aus dem Hip Hop Bereich es kommen die 90er wieder retour Chromschriften absolut irre Plastic Raps über CD Covers aber nur Foto manipuliert Stains Emo kommt auch wieder recht recht fort zurück und ja ich bin schon echt gespannt wo das hingeht aber ja Illustration ist nach wie vor Big Deal Big Deal überall und pastellige Form aktuell auch extrem überall zu sehen auch in der Mode die 90er sind voll da wieder also man braucht nur rausschauen das ist wahrscheinlich weil wir als sagen wir mal spät 80er Anfang 90s Kids jetzt in die Jobs sind wo man langsam mitbestimmen dürfen na das war cool ich kann mich erinnern mach alles mach alles Turtle Style oder mach alles He-Man Style voll voll warum nicht na aber du gehst eh schon in eine Richtung wo ich eh weiterfragen wollte und nämlich weil du diese Daily Renders angesprochen hast und dann geht es schon schnell in Richtung okay wenn du jeden Tag was raushaust wie wertig ist die Arbeit ist es dann nicht nur so ah ich hau was raus weil es da sein muss und eben Wertschätzung und die Frage wird die Arbeit und das was dahinter steckt und das vielleicht das Know-how wenn es nicht viel Aufwand ist um ein tatsächliches Bild oder etwas zu kreieren wird das irgendwie mehr wertgeschätzt oder ist das weniger geworden in letzter Zeit das ist das ist eine sehr spannende Frage weil wie soll ich sagen um einmal auf den Skill zu kommen dass man Daily Renders in so einer Qualität raushauen kann musst du auch extrem viel Zeit investieren du baust dir quasi der eigene Datenbank an Sachen auf das ist ja auch das dauert ja auch Zeit du musst auch recherchieren wie mache ich was wie baue ich die richtigen Materialien dazu zum Beispiel und so Leute wie People oder wie Bill Ellis zum Beispiel der ist auch ziemlich cool der macht so ziemlich viel so Skulls Gothic Geschichten aber alles fotorealistisch geändert und bei dem glaube ich zumindest der hat quasi eine gewisse Datenbank die er dann immer wieder verwendet um einfach neue Kompositionen zu erstellen und aber die Datenbank hat er sich selber aufgebaut und die ganzen Modelle die hat er sich alle selber gebaut in ZBrush quasi geformt gesculptet und wenn ich sage ich habe da jetzt eine Datenbank von keine Ahnung 1000 Meshes auf die ich zugreifen kann und eine Materialbibliothek die ich mir über Jahre aufgebaut habe wo ich da immer Sachen experimentiere dann kann ich halt schneller die Render raushauen weil dann sage ich okay pass ich hätte gerne das Element mit dem Element mit dem Element dann nehme ich mir die Ausleuchtung dazu wenn ich mir vielleicht ein Template gebaut habe für Lichter zum Beispiel in einem 3D-Programm dann kann ich halt sagen okay passt Template 1 oder Template 2 aber wenn ich mir das alles selber erarbeitet habe ist das ja trotzdem aufwendig obwohl der End-User dann eigentlich nur den Teil der erarbeitet ja und der denkt sich super hat sich ein Modell 3 reinzogen Licht-Template reinzogen klickt auf Render kann ich auch das ist es überhaupt nicht bei nach dem Rendering fängt es dann erst an mit Farbkorrektur etc. etc. aber ich glaube das ist eben deswegen eine spannende Frage weil es halt auf den gesamten Kunstsektor zutrifft es ist oft einmal dass Leute nicht verstehen wie viel Arbeit hinter etwas steckt sogar dieser Podcast ich meine wenn ich jede Tonspur die bearbeite ich und das sind dann eben so sagen ja aber warum na weil es so sein muss damit es halt eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Wertigkeit hat die vielleicht nicht so schnell erkannt wird zum Beispiel dasselbe ist mit eben so einem Daily Render und warum muss man da Farbkorrektur machen naja ich zeig's dir mal ohne dann wirst du's verstehen genau und das sind halt so simple Sachen die halt wenn du nur den fixfertig bearbeiteten Content siehst und aber nicht das Ausgangsmaterial wo du gestartet hast dann verstehen die meisten Leute halt einfach die Journey nicht wie komme ich von dem Produkt zu dem Produkt ja wie denkst du weil ich persönlich denke auch dass da viel ähm Zusammenhang ist zwischen zwischen weniger Wertschätzung und wie einfach es ist heutzutage schon etwas zu machen was okay ist was nicht auf dem Level ist wo du sagst ah dort will ich hin oder das ist wirklich toll ähm und für mich sind solche solche super Beispiele es gibt so viele Apps heutzutage ähm die halt so Basic Visual Effects machen weißt du irgendein Tracking ähm oder sogar diese Reface Apps die so ultra Basic Machine Learning haben wo sie wo sie ein Gesicht haben da drauf geben ähm weißt du das ist heutzutage kann kann jeder Boomer das mehr oder weniger oh schau ich hab die App gefunden klick und die App macht alles und dann wenn du einen guten Deepfake siehst denkst du ja das kann ich auch mit dem Handy weißt du das hilft dir dann halt auch nicht es ist arg was heutzutage mit mittlerweile kleinstem Aufwand kriegst du echt schon wie du sagst mittelgute Ergebnisse voll und das geht eben in jede Richtung mit irgendeiner depperte Handy App aber auch Garage Band wo gibt es mittlerweile nicht irgendwie ein ja okay nimm das auf und ich hätte bitte gern den Auto EQ das ist echt so ja es ist spannend wie das dann sich weiterentwickeln wird mit der Wertschätzung ähm ich glaube es kommt halt sehr dann auf die Kreativität drauf an wie verwendest du die Tools vielleicht miteinander um zu einem überhaupt neuen Stil zu kommen wo sich noch keiner gedacht hat okay passt wenn ich die App mit der App und der App verbinde dann kann ich das draus machen zum Beispiel voll voll ja auf jeden Fall das mit der Wertschätzung ich glaube da ist jetzt nämlich eh auch ein spannender Gedankenumbruch am Start ob er sich durchsetzt weiß ich nicht aber ich weiß dass du dich auf jeden Fall damit beschäftigt hast und das sind die NFTs richtig die Non-Fungible Tokens Katastrophal um sich zu merken was das genau bedeutet Fungible ist kein sehr gängiges englisches Wort aber es ist es ist kurz zusammengefasst Crypto Art genau richtig ja wie man eben die Blockchain von Bitcoin Ethereum und so weiter verwendet um Kunst irgendwie einen eigenen Besser erklärt ist für mich verständlich halt immer um ein digitales Bild als original abzustempeln quasi ja genau du setzt irgendein Zeichen so und dieses eine das ist das echte genau und das ist jetzt eben eine neue Art und Weise so wie wir es kennen rennt das ja alles über die Ethereum Blockchain das ist jetzt glaube ich die einzige oder sagen wir mal die exponierteste Variante wie man eben digitale Kunst als original bestempeln kann das ist eine schöne Art und Weise das auszudrücken wie sind deine Erfahrungen so damit oder was hältst du davon ich habe eigentlich ich finde ich finde eigentlich es ist ein sehr cooles System weil es mischt den Kunstmarkt halt irrsinnig auf es gibt mittlerweile wirklich coole Artists die wirklich einmal Chancen kriegen zum Beispiel die im Bereich Motion Graphic 3D echt cool waren die vielleicht überhaupt keine Ahnung von Marketing haben aber sich somit mit der Technik so weit auseinandersetzen können dass sie den Marktplatz finden und ihre Werke dort verkaufen können also das finde ich schon echt cool weil du bist mehr oder weniger nicht mehr auf einen Galeristen angewiesen der vielleicht deine Sachen nicht mag oder nicht feiert weil das ist ja im Kunstbereich du brauchst ja einen Galeristen der dir vertraut und sagt okay passt ist ich Potenzial ich will das jetzt machen aber mit NFTs hast du die Möglichkeit als Künstler wenn du schon eine gewisse Basis hast zum Beispiel via Twitter oder Instagram einfach Leid auf das Aufmerksamkeit zu machen und dann einfach zu sagen hey checkst du das einmal aus ihr könnt das von mir das Original kaufen und ich habe jetzt mittlerweile schon Künstler gesehen wenn du das NFT von denen kaufst zum Beispiel gibt es ja auch Künstler die machen zum Beispiel Collections das ist das gleiche Artwork laden sie 50 mal hoch und du kannst dann Edition 1 von 50 kaufen aber die geben dann als Dankeschön dass du das online gekauft hast kriegst du dann quasi ein Limited Edition Objekt zugesandt und das finde ich eigentlich ziemlich cool weil das macht einfach die ganze Kunstwelt einfach dynamischer und ja es ist einfach irgendwie geil weil du kannst halt einfach dann so wie ich vergleiche es immer gern mit so einem Sammelkarten Heft oder so wie dein Banini Sticker Album ich kann mir mein eigenes Banini Sticker Album mit Ethereum zusammen kaufen aufplanen und sagen hey schau ich schau das und das aber als Originale ja ich finde es auch sehr spannend ich meine abgesehen davon dass mich die Technik hinter Blockchains sehr sehr anspricht fand ich es auch cool wie es sich in so einer kurzen Zeit schon so wie sagen wir dass der Markt erwachsen geworden ist weil am Anfang war es dieses ja okay du hast jetzt ein Token in deiner Ethereum Wallet und das ist alles digital und da steht du besitzt das huh toll und damit haben weil man vorhin schon angesprochen hat bei den People hat fett Kohle gemacht aber er war zumindest für mich der Erste das wäre sicherlich nicht unbedingt seine Idee aber er war einer der der Ersten die dann eben angefangen haben das was du angesprochen hast zu dieses okay wenn du das von mir kaufst schicke ich dir ein geil holographisch Ding was du dir daheim hinstellen kannst so auf dass du es auch irgendwas was ja was was haptisches hast wo du daheim zeigen kannst das gehört mich also das das gehört mir und das finde ich schon cool weil es dann eben eigentlich nichts anderes ist wie okay du hast ein Bild gekauft und zusätzlich vom Bild wenn du es bei Sotheby's ersteigerst kriegst du ein Zertifikat also dass es authentisch ist ja okay das ist ja jetzt nichts anderes du hast ein JPEG gekauft und du kriegst ein Zertifikat dass es authentisch ist und dein Zertifikat dass es authentisch ist ist in deiner Ethereum Wallet und als Dankeschön kriegst du auch noch ein anderes wo das dann halt ebenso ist genau und das nutzen halt echt sehr viele Künstler jetzt aktuell aus ich kenne zum Beispiel Jeff Soto das ist ein Illustrator der macht ziemlich coole Sachen das sind so abgedrahte bunte Fabelwesen und das schaut irgendwie so aus als wäre man full of LSD gewesen wie der Typ das gezeichnet hat und der hat zum Beispiel Sachen abfotografiert und dann wirklich als JPEG seine künstlerischen Werke einfach als NFT zum Beispiel auch verkauft das heißt es gibt das Original was gemahlen ist aber auch das Original als NFT und das macht auch wieder irgendwie das hat auch irgendwie ein interessanter Ansatz wie man halt einfach kunstig malen ist aber auch digital vertreiben kann das ist cool anstatt Prints zu machen zum Beispiel ich finde es irgendwo auch eine tolle Lösung um eben die Wertschätzung von digitaler Güter leichter zu ermöglichen eben Motion Graphics wie willst du wie willst du da ja toll ich werde jetzt nicht keine Ahnung irgendwas kaufen damit ich ein YouTube Video gesehen habe oder so und so kannst du das dann halt irgendwie doch mehr besitzen und halt in Zukunft sollte man das wollen auch verhandeln offiziell es gibt es gibt ja auch zum Beispiel einen US-amerikanischen Graffiti Künstler Tristan Eaton der hat zum Beispiel ein anderes Konzept verfolgt im NFT der hat ein Graffiti quasi gesprayed das hat er niemanden gezeigt wirklich niemand und nur der das NFT besitzt kann sich das Video anschauen und sieht das Kunstwerk also das heißt er ist quasi der Einzige außer dem Künstler der das Werk jemals gesehen hat das ist auch cool ja und wie ist es dann wenn er es verkauft dann kann derjenige der es dann besitzt natürlich schon auch sehen der kann es dann sehen wieder aber bei dem anderen verschwindet es dann natürlich er hat es dann nimmer das ist auch cool ich weiß weil das Interessante ist natürlich es geht eben hauptsächlich für digitale Güter aber es muss ja nicht nur digital sein es kann ja auch intellektuell in der Hinsicht sein ein intellectual property und da sind wir dann eben schon wieder bei dem Link zu Musik weil wie viel davon wird heutzutage nicht nur digital vertrieben und ich glaube diese ganze NFT Sachen könnten auch spannend sein für Musiker und es sind auch schon ein paar die irgendwie darauf aufspringen ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast Kings of Leon ist ja doch eine große Band die haben jetzt tatsächlich das nächste Album per NFT voranzubieten oder haben schon angeboten ich weiß es nicht das sind dann eben auch solche Sachen wo du sagst es ist nicht nur eines sondern es ist halt eins von unbegrenzt oder eins von 5000 ich weiß es nicht genau aber das kann man ja alles einstellen das ist der der es verkauft der das sozusagen diese Coin mintet oder diese Münze schlägt kann man das so übersetzen das ist ja genau das ist ein guter Ausdruck ja der diese Coin also er findet der darf bestimmen okay wie viele davon gibt es eigentlich wie viele Versionen kann man verkaufen und Kings of Leon hat gesagt 50 Dollar und du kriegst das du besitzt offiziell digital dieses Token so mit unserer Musik und du kriegst natürlich auch eine physische Kopie aber das finde ich zum Beispiel schon sehr spannend weil man eben doch digital die Musik beziehen kann und die Wertschätzung irgendwie auf einem ganz anderen Level ist wie ich habe es in meine Spotify Library hinzugefügt durch einmal auf das Herz zu klicken und dann habe ich es mal angehört und Kings of Leon hat 7,8 Cent von mir bekommen das ist Spotify so geil wie das ist aber so nichts kriegen davon die Musik ja und das das ist eben ich weiß nicht so sehr ich mir wünsche dass es die Zukunft für für vieles an Kunst die digital vertrieben ist es ist momentan glaube ich noch ein bisschen zu teuer für den Autonormalverbraucher ja das Problem ist glaube ich aktuell einfach das Ethereum Netzwerk oder die Ethereum Blockchain dahinter weil es halt einfach zu teuer ist ist meine Meinung weil ich habe wie damals ich habe mal probiert ein Bild von mir also raufzuladen auf die auf Rarible und das Bild hat bis ich das wirklich anbieten habe können hat 80 Euro gekostet ein Gas Fees und das ist mittlerweile wieder raufgegangen also kann sein dass es jetzt bei 100 ist 120 Euro je nachdem und das ist dann halt schon damit ich ein Bild irgendwo hinstellen kann dass es für andere zum Beispiel um den gleichen Preis gafft mache ich eigentlich kein Geschäft damit aber na voll das ist das ist schon schon zart und ich meine da gibt es natürlich die ganzen anderen Bedenken dass wie viel Strom die ganzen Blockchains nicht verfressen aber ich meine da brauchen wir jetzt glaube ich nicht ich glaube da sind wir beide so wenig Experte dass wir da nicht wirklich eine sinnvolle Diskussion führen können ja ja ist ein Problem Elon wird schon richten genau to the moon na aber ich glaube es ist trotzdem eine sehr sehr interessante Art und Weise und ich denke dass wir da noch einiges an Kreativität sehen werden wie man das eben umsetzen kann eben zum Beispiel vielleicht vielleicht bietet irgendwer ein Album an so das kannst du nur abspielen wenn du dieses NFT hast zum Beispiel ja Wu-Tang hat so was ähnliches gemacht genau kannst du dich noch erinnern mit dem Album die haben es aber das war weißt du eben so 180 Seiten Verträge auf Papier und dann hast ich weiß nicht nochmal ob du es als CD bekommen hast oder als als File oder ob du hast gleich so eine riesige handgeschmiedete Box bekommen von irgendeinem Künstler wo das Album dann drinnen war aber es hat es nur ein einziges Mal gegeben ja ja das hat dieser Farmer Bro der Martin Shkreli der hat es gekauft der Zeit lang der Typ nämlich ja ja das ist ein 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 besonderer Trottel ja ich glaube der ist mittlerweile aber im Hefen aber für unterschiedliche Sachen also für Steuerbetrug oder so irgendwas sitzt er ja ich sage nur Karma das ist sehr richtig was der mit den den Pharma Preisen da ganz bewusst gemacht hat es passt schon dass er jetzt für irgendwas sitzt genau aber ja ja ich denke und ich glaube das ist dann eben vielleicht noch die die letzte Hürde die man mit den NFTs überwinden muss Zugang Zugang für breite Masse und auch Zugang für kleine Künstler und ich meine das ist ja ein klassisches Problem kleine Künstler wie viel Reach hat man wie viel wie viele Leute kann man überhaupt erreichen wie viele Leute wissen dass du existierst und eben wie du sagst die 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 Fees die man zahlen muss damit man auf der Blockchain was anbieten kann sind momentan derartig hoch weil halt jeder was machen will und die sind für jeden gleich aber wenn du jetzt der People bist oder Kings of Leon und du weißt tausende an Leute bieten mit ja dann ist es nicht so schlimm wenn du und ich wenn ich irgendein ein Konzertfoto anbiete oder irgendein Video was ich gemacht habe ich glaube nicht dass irgendjemand auch nur das zahlt was ich an Gas Fees zahlt und da bin ich ganz ehrlich über meine eigene Wertschätzung eben ich wollte gerade sagen und das ist das Thema Wertschätzung was du dann wieder hast weil es kann ein mega geiles Konzertfoto gewesen sein weil es ist ja wurscht ich sage gar nicht mehr Konzertfotos es zahlt ja nicht wer es geschossen hat sondern wie es dann ausschaut im Endeffekt das kann eine Fotografie Anfänger gewesen sein der sein erste Spiegelreflex mit dem Dorschung alles richtig und dann das richtige Foto ja genau na voll und das ist glaube ich noch ein bisschen das Problem obwohl die Entwicklung sehr cool ist und es eine neue Art und Weise der Wertschätzung darstellt es ist halt für Leute die klein sind chancenlos um da jetzt irgendwie was zu machen ja glaubst du das ich meine das ist jetzt vielleicht eine sehr philosophische Frage glaubst du dass sich das noch ändern kann oder glaubst du bleibt immer was für Established Artists ich glaube also es ist sowieso es sind es gibt zwei Wege es gibt den den Established Artist von dem brauchen wir nicht reden das ist halt einfach der hat seine Reichweite der sagt ja das gibt es jetzt bam kauft das einfach aber ich sehe da auch vielleicht zum Beispiel so wie ein Rookie Programm zum Beispiel wenn du sowas machen würdest auf so NFT Seiten so keine Ahnung so wie bei Super Rare zum Beispiel das ist eine wahnsinnig geile Seite die echt wirklich alles an 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 Established People anbietet aber wenn man jetzt da zum Beispiel einen Rookie Rooster hätte wo man sagt okay passt jetzt nicht die Person hat die und die Reichweite das heißt er kann vielleicht nur 1000 Instagram Follower haben aber die Arbeit ist qualitativ so gut dass wir den promoten wollen und das kennt zum Beispiel eine andere Form von Galerie oder Talent Scouting werden im NFT Bereich weil dann habe ich die Website mit der Reach und kann aber auch sagen okay passt ich habe da jetzt ein zwei coole Leitkunden die feiere ich extrem weil die halt einfach sowas von qualitativ hochwertig sind ich gebe denen meine Bühne um einfach bekannt zu werden das wäre zum Beispiel ein Ansatz wie man das lösen könnte das ist interessant weil ich meine dann hast du halt wieder eine Art es hört sich dann wieder so abwärten an eine Art Middleman oder eine Art Talent Scout oder Agent ja aber immerhin ist es transparenter weil in der Blockchain kannst du ja nachschauen wer wie viel Kohle kriegt hat genau weiß man nicht genau wie viel Management abzweigt hat aber das wäre tatsächlich spannend wenn jetzt zum Beispiel entweder ein Established Artist oder eine eine etablierte Plattform sagt hey wir machen jetzt einen 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 Rookie Drop oder eine eine Collection wo wir zum Beispiel halt als als Kurator kleinere Leute gefunden haben die aber trotzdem cool sind ja das ist das ist eine gute Idee wie halt früher hast du vielleicht noch so weißt du eh so Promo Sampler zu irgendein Heftel kriegt wo du eine CD hast mit 15 Songs von 15 Bands die du noch nie gehört hast so bin ich zum Beispiel vor ganz ganz langer Zeit auf Sonata Arktica gekommen ok bei mir war es dann halt in solchen Sachen war es dann halt Myspace und durch Zufall auf irgendeiner Binnwand ganz unten einen Link gesehen hey klicken wir jetzt mal an ja na das aber das ist eine gute Idee ich glaube das das müsste man irgendwie pushen und promoten ja das Problem ist ja heutzutage auch es ist halt es sind halt alle Social Media Kanäle sind halt einfach schon so übersättigt und um da irgendwie einen Weg zu finden trotzdem ein Reach zusammenzubringen das ist halt ich kenne wen der wen kennt der mich promotet oder keine Ahnung oder ich kauf mir die Reichweite einfach und ja die Frage ist halt wenn du jetzt ein kleiner Künstler bist aus keine Ahnung sagen wir mal du bist ein aufstrebender Künstler aus Wien hast echt gute Sachen am Start aber du hast weder Vitamin B nicht oder wie wirst du du brauchst halt einfach eine gewisse Portion Glück sag ich halt einfach das gehört im Kunstbereich sicher mit dazu also zu deinem Talent und zu deinen Skills brauchst du hundertprozentig Glück auch mit dazu ja voll ja voll aber ich glaube trotzdem eine ganz interessante Entwicklung auch für also alle Kunstschaffende und somit auch Musiker cool eigentlich bin ich durch meine Sachen durch hast du vielleicht eine Frage an mich hast du als Content Creator Fragen an mich als Content Creator auf das war jetzt gar nicht vorbereitet dass ihr die ausfragen könnt ja keine Ahnung wie wie schaut es bei dir aus planst du eigentlich so würdest du selbst auch NFT irgendwie würdest du das spannend finden einfach einmal irgendwie coole Szenen zu filmen weil ich habe ja vor kurzem nochmal auf dein Testvideo von Wien mit Wiener Szenen also wo du so Straßen ach so ja aber sowas zum Beispiel keine Ahnung als digitale Kunst irgendwie anzubieten dass du sagst du machst eine ganze digitale Ausstellung zum Beispiel einfach nur so Wien bei Nacht oder so irgendwie keine Ahnung dass du da ein komplettes Konzept irgendwie überlegst das ist tatsächlich das wäre tatsächlich interessant und lustigerweise auch tatsächlich noch etwas was ich nicht gesehen habe also das könnte eine sehr sehr gute Idee sein das ist recht spannend ich habe mich schon erkundigt über NFTs ich habe mir halt eher dacht bei bestimmte Porträts die ich gemacht habe und dann sage ich einmal eher von etwas bekannteren Bands oder bekannteren Musiker wo ich mir dachte okay dann könnte man es zumindest über diese Reach spielen es ist ein Foto von einer Person die Reach hat aber ich habe dann auch gesehen einfach die Kosten um das einmal anzubieten und habe dann für mich relativ schnell entschieden ich weiß jetzt wie es technisch geht ich spiele das nicht ein und habe es dann bleiben lassen aber es ist tatsächlich spannend ich glaube generell rein Video ist vielleicht gar nicht so viel noch auf NFTs aber das ergibt ja keinen Sinn warum jetzt Video nicht als NFT funktionieren wird und Musik oder statische Bilder schon also das muss ich mir überlegen vielleicht weil du kennst die ja in der Bandszene in Wien relativ gut aus habe ich gehört ja vielleicht kannst du eine Kooperation mit irgendeiner Band zum Beispiel machen dass du sagst okay pass die Band schreibt dir die Musik zu den Szenen dazu dass du dir wirklich eine komplette Reihe überlegst und keine Ahnung je noch also wirklich Bezirk von 1 bis 23 alles abklapperst und dann wirklich schaust dass du zu jedem Bezirk ein visuelles Stück machst was du filmst Color Greatest und zum Beispiel dann mit einer Band dazu die dir einfällt das was einfach visuell musikalisch auch dazu passt dass du das untermalen lässt zum Beispiel und da draus eine komplette Serie machst 1 bis 23 ist das eine starke Idee da muss ich dir so ich hätte schon eine Kommission auf der Blockchain zugeschoben das kann man ja alles einstellen laden wir dann einfach in die Galerie zur Eröffnung ein wenn du es ausstrahlst und und dann und dann bin ich einfach dritten ist eine coole Idee so mit mit eigenen Sachen habe ich mal wie gesagt glaube ich nicht dass ich etwas habe was was genug Interesse hat das heißt jetzt nicht dass ich glaube dass Musikvideos oder so die ich produziert nicht interessant sind ich glaube nicht dass es in der Hinsicht einen Markt dafür gibt aber das ist eine coole Idee danke und und vielleicht ist es irgendwie keine Ahnung so wie ein Kortendeck oder so aufbaust dass du es nicht in 16 zu 9 filmst sondern in Hochformat irgendwie ein eigenes Ding und dass du dann wirklich auch keine Ahnung eine Extension machen kannst Prinz zum Beispiel von gewissen Szenen die dann ausschauen wie Kortenspiele oder so irgendwie und da kannst du dich ja da geht auch einiges vielleicht sollten wir uns mal neben dem Podcast überlegen das wäre gar nicht so eine schlechte Idee na cool ja ich glaube ich glaube wir haben wir haben einiges einiges cooles besprochen eben gerade auch zu zu NFTs und wie man wie man das oder generell wie diese Welt funktioniert ich denke bei vielen Leuten ist das gar noch nicht so angekommen man hat vielleicht hier und da die Schlagzeile gesehen aber das was der Beeper weiß ich wie viel 60, 70 Millionen für eine Collection bekommen hat aber okay was weiß ich nicht Blockchain brauche ich nicht lesen verstehe ich eh nicht also ich hoffe dass wir da ein bisschen ein bisschen mehr Einsicht schaffen konnten ich denke auch dass immer mehr Musiker es für sich entdecken Mike Shinoda letztens hat auch positiv darüber gesprochen eben im Rahmen Wertschätzung das war ein bisschen der Anstoß dafür dass ich mit dir darüber sprechen wollte ja also danke danke für deine deine Einsichten bitte gerne und wir sollten uns uns einmal zusammensetzen ja an dieser Stelle möchte ich mich für unseren Podcast natürlich auch noch bei der Klangfarbe Wien bedanken die uns gut erlauben gut erlauben unbedingt hingehen schau das ist nein die supporten uns sehr gut mit der mit der Promotion also das ist immer sehr nett und bin öfters auch dort einkaufen also same hier ja Gitarren gekauft würden schon Becken Gitarren ja voll gibt sehr viele tolle Sachen dort also ja nochmal auch ein Danke an Sigi wo findet man dich online also wenn man wenn man jetzt deine Sachen in Anspruch ich meine es wird dann eh da unten noch irgendwo stehen aber das für die Leute die es auf Spotify hören dass die vielleicht genau man findet man findet mich auf Instagram slash Cruise Customs ist ein bisschen weird zum jetzt nachtippen weil ich es mit K geschrieben habe und mit Z also schaut es euch einfach in dem Ding dann unten an wenn ihr das hört oder seht auf Instagram könnt ihr mich auch suchen unter meinem Namen Siegfried Strauß und mir einfach sonst wenn ihr einfach einen Austausch haben wollt oder einfach denkt oh ja das ist ein netter Typ schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage oder ja und ich glaube und wenn ihr Sachen sehen wollt ist Instagram glaube ich eher die richtige Adresse was ich so mache da hat man schön gleich ein Bild von deinem Portfolio und wie wir ihn eh schon besprochen haben du machst eh alles von ob es jetzt Logo ist oder ein bewegtes Bild oder etwas da kann man sich immer bei dir melden immer immer aber wenn es um Konzeption geht das ist mittlerweile ja das haben wir gemerkt das haben wir gemerkt das ist ein Konzept was mir irrsinnig irrsinnig daugt und und was ich auch beruflich gerade immer weitermache ja vielleicht vielleicht ganz kurz bevor wir es bevor wir es abschließen ich habe ja auch schon ein paar Mal mit also sagen wir mal nachträglich mit Kunstwerken von dir weiterverarbeitet ja und das ich finde das selber immer ganz spannend weil man da dann merkt wie eine andere Person strukturiert und wir sind lustigerweise recht ähnlich in wie wir unsere Layers anordnen also das das war für mich sehr praktisch ich habe mich sehr gut zurechtgefunden wenn ich dann irgendwas nehmen musste das ist beisam für die Grafikersäle ja voll voll also es war sehr praktisch ich habe es nämlich einmal ein sehr großes Punkt PSB Photoshop Big auseinandernehmen müssen ich habe es dann in Blender wieder reingespielt weil ich mir leichter dann habe um die 3D Kamera zu animieren ah du machst das mit Blender okay das habe ich auch noch nicht gecheckt ja weil After Effects ist eine Katastrophe ja ich bin ich bin so weit wie möglich von Adobe weg ja und das 2D Compositing in Blender ist meiner Meinung nach ressourceneffizienter es ist nicht immer einfacher ich bin schon schneller in After Effects aber ich ich mein Computer fliegt einfach durch eine eine Comp durch in Blender wo ich in After Effects einfach oh ein Bild ist gerendert oh ein Bild ist gerendert also das ist das ist schon schon praktisch stimmt ja war das aber nicht gewusst dass man mit Blender 2D Compositing machen kann ja voll voll ziemlich gut kannst auch die Sachen von Ian Hubert ja der Typ ist der Wahnsinn der macht ja alles in Blender ob es jetzt 3D oder Compositing ist der macht alles das ist irre cool der Typ ist wirklich ja ist gestört also dann noch einmal danke Sigi für deine Zeit bitte gern bitte gern und ich freue mich auf weitere Sachen die du kreierst das ist das ist immer ongoing process nie stehen bleiben das ist das wichtigste das ist das wichtigste und auch wenn die Arbeit für die Server immer noch shitty ausschaut einfach weitermachen weil irgendwann bist du dann du sagst das traue ich mir mal her zu sagen das ist sehr sehr wichtig das sind sehr sehr schöne und wichtige letzte Worte und dabei Belastungsbehalten so Video Renten nehmann was was das hat er durch mit aufgenommen wird ein paar oder zwei sowas das hat er durch wird ein paar zwei oder zwei wie wie Junge